Am Schmiedeteich in Großbadau haben Sanierungsmaßnahmen begonnen, die die Entschlammung des Teiches und die Freilegung sowie Sanierung der angrenzenden Mauer umfassen. Besonders die östliche Uferbefestigung wird stabilisiert und mit Natursteinen verkleidet, um eine einheitliche Optik zu schaffen. Die Fußgängerbrücke über die Pate erhält zusätzliche Sicherungen, während der Zugang von der Angerstraße modernisiert wird. Zudem werden die Betonplatten im westlichen Bereich stabilisiert. Ein Schwerpunkt ist die Instandsetzung der Fischaufstiegsanlage, um sie nach Hochwasserschäden zu reparieren und an aktuelle Standards anzupassen. Die Gesamtkosten betragen rund 10.000 Euro und werden von der Stadt Grimma getragen.